hallo und herzlich willkommen zu einem neuen angespielten video auf dem kanal dieses mal darkwood ein survival horror spiel aus der top down perspektive der entwickler asset wizard studio der hat mir möglicherweise einen kostenlosen key zur verfügung gestellt schauen wir uns das einfach mal zusammen eine stunde lang an das spiel ist schon etwas älter veröffentlicht wurde es im august 2017 also schon zwei jahre jetzt her ich habe immer mal wieder ein bisschen so auf dem bildschirm gehabt weil ich immer wieder auch videos und entsprechende bilder gesehen habe aber ich habe es noch nie selber gespielt und irgendwie hat es mich schon gejuckt in den fingern weil ich mir ehrlich gesagt nicht zu vorstellen kann wie ein top down spiel oder spiel sein kann gleichzeitig man normalerweise verbindet man das ja mit first person ansicht und so weiter ist alles ein bisschen immersiver aber offenbar funktioniert es auch aus dieser perspektive ich lasse mich mal überraschen ob das heute vielleicht sogar schon ein bisschen klappt in diesem sinne licht aus spiel an na gut bevor wir anfangen müssen wir natürlich noch ein neues profil erzeugen ist klar wir haben schwierigkeitsgrad normal prolog überspringen nein indiegogo inhalte was immer das auch ist ja ich lasse das jetzt einfach mal so und drück auf start das spiel das du spielst ist herausfordert und gnadenlos wir führen dich nicht an der hand respektiere den wald sei geduldig konzentriere dich okay eigentlich die gleichen worte die ich mir immer am wochenanfang aufsagen wenn ich aufstehende früh ich bin echt gespannt jetzt was mich hier erwartet so schlimm kann das doch gar nicht sein hoffe ich mal prolog ich sehe hass und angst in ihren augen als wäre ich dafür verantwortlich dass die seuche sich ausbreitet als wäre ich die quelle alten aliens das dieses land plagt ich kann mich nirgendwo vor ihnen verstecken kann nirgendwo hin fliehen der wald hat uns von der außenwelt abgeschnitten wir sind alle verdammt gut also ich kann mich jetzt hier herum bewegen das ist schon mal sehr angenehm und ich habe ein paar tooltipps ich habe einen stuhl den ich ziehen kann wahrscheinlich mit der a taste ich habe noch keine fertigkeit gelernt ich kann den stuhl nicht ohne fertigkeit ziehen ich probiere es mal mit x oder b ich weiß nicht was er jetzt macht ob er bindet er sich die schnürsenkel r b aufheben verschieben alle verschieben nochmal verschieben passiert nichts ich kann nichts machen achso ich kann den stuhl einfach so verschieben jetzt einfach nur so hier ah ok ok jetzt haben wir hier einen tisch den wir durchsuchen können ich habe noch keine fertigkeit gelernt drücke immer auf den falschen knopf ja passiert nichts medizinische aufzeichnungen untersuchen es geht ja schon gut los oh mit rechter äh schultertaste ich kenne diese aufzeichnungen auswendig will er jetzt nicht lesen kann ich hier den tisch durchsuchen ok es gibt eine tablette wert 30 maximal 3 ich nehme die mit hier oben links haben wir das inventar und einen notizblock auf dem aktuell x steht ok also das handling von von der ui ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ich habe den offenbar mitgenommen jetzt weil er leer ist na gut medizinische aufzeichnungen will er nicht lesen und linke schultertaste da sagt er ich weiß nicht wie man das macht ok schnappsbrenner selbst gebasteltes gerät zum herstellen von schwarz gebrannten kartoffeln ok kann ich die auch mitnehmen aufheben 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 nochmal das ist ja setzer aufheben ach ich habe die tabletten jetzt fallen gelassen kann das sein ok ich bin noch nicht so ganz bewandert in dem wir haben ja eine holztür und gehen einfach mal hier nach draußen es sieht sehr gemütlich aus der generator hat fast keinen saft mehr ich muss einen vollen kanister benzin finden richtung osten habe ich einen kaputten traktor gesehen vielleicht finde ich dort etwas benzin ok wir haben unsere erste aufgabe gibt es einen Käfig diesmal sind sie leer warum auch immer leer ein Stuhl oh was ist das meine alte Zenit Kamera ok Gegenstand gefunden Kamera das ist eine Medizintasche aber die ist unbrauchbar sagt er ich nehme die trotzdem natürlich mit und ein Foto was ist auf dem Foto zu erkennen zwei Augen ein Mund ein Geist 12.06.85 ok verbarrikadiertes Fenster ich lass das mal wer weiß was draußen ist meine Instrumente sie wurden schon seit Jahren nicht mehr sterilisiert dem Patienten in der Gegend ist eh nicht mehr zu helfen was sind wir sowas wie ein Arzt Holztür öffnen ein Behälter das Schloss klemmt schon seit langer Zeit egal da drin habe ich eh nur unnützen Schrott trotzdem würde es mich interessieren was du da für unnützen Schrott drin hast kannst nur Objekte in deiner Reichweite auswählen und mit ihnen interagieren die Reichweite wird durch die Farbe des Mauszeigers angezeigt ich habe keinen Mauszeiger ich weiß auch nicht was ich denke mal das rote ist die Lebensleiste was war das denn achso wir haben den wir haben die Möbel verrutscht ok je mehr wir rumlaufen offenbar geht unsere Ausdauerleiste dann nach unten und die füllt sich dann wieder auf ein bisschen Alkohol sehr schön nehme ich alles mit wieso auch nicht ein Brett nehme ich auch mit wir haben ja ganz viel Platz ein Zündholz kann ich mehr mitnehmen alle verschieben mit x ach deswegen ist da oben die Leiste ok ein Lappen drei Lappen eigentlich sogar Schlüssel zu einem Zugabteil damit kann ich die Eingangstür meines Hauses öffnen sehr schön zu dem Zugabteil und mein Medizinbuch ok kann ich hier irgendwie umblendet oder so ich glaube nicht offenbar irgendeine Krankheit die hier ausgebrochen ist und anfangs haben wir ja gehört wir werden offenbar dafür verantwortlich gemacht hier ist eine Metalltür schauen wir gleich mal medizinische Aufzeichnungen Radio Unitra kann hier nichts drücken oder das Radio ist schon seit Jahren stumm aber manchmal glaube ich durch das Rauschen Stimmen zu hören natürlich und ein Bettchen sind aber gerade erst aufgewacht sagt er kein Bock zum Schlafen da gehe ich jetzt besser nicht rein in die Metalltür wieso auch immer da drin sind soweit ich das erkennen kann Laken ausgebreitet ein Tisch und irgendwelche Operationsinstrumente na gut dann werden wir uns mal darauf fokussieren dass wir ein bisschen Benzin holen abgeschlossen ich glaube ich habe meinen Schlüssel im Schrank gelassen wenn neben dem Mausteiger ein Plus-Symbol erscheint rechte Schultertaste halten um das Aktionsmenü zu öffnen ah ok ich muss es halten und jetzt können wir raus raus ok mein 125p Luxusartikel wir können den auch noch durchsuchen aber wie ah durchsuchen untersuchen also die Steuerung ist schon sehr gewöhnungsbedürftig vielleicht ist es auch gar nicht dafür gedacht Gamepad zu spielen ich dachte eigentlich das wäre die logischste Sache Tau edward girek na konferenzi partien jei ciamovs oh Gott ja da kann ich euch nicht dienen das ist offenbar tschechisch oder so polnisch ich weiß es nicht eine Holzpuppe aus der aus der das Gesicht weggeschnitten wurde ok ich finde das ja ziemlich cool mit dem Sichtkegel wieder ne oh ein Hund der lebt ja doch ich glaube nicht dass er überleben wird ich sollte sein Leiden beenden aber wie und ein zerstörter Brunnen mit einem Seil kann ich den Hund mit einem Seil erwürgen ich will sie eigentlich nicht machen aber oh Gott oh Gott mit Y können wir über die Zäune springen Hauhuck ok also der Grafikstil spricht mich schon mal sehr an oh eine Axt gib die mal auf tut mir leid aber der sieht halt echt nicht mal gut aus jetzt ne also da ist überall Blut er wimmert nur noch die Fliegen kreisen schon um den Hund herum kann ich hier nichts machen achso oh muss ich jetzt hier vielleicht die Axt verwenden nö ach jetzt weiß ich was der macht der sieht im Inventar nach wenn er sich nach unten beugt ah ok ich habe jetzt nichts fallen gelassen aber das tut richtig weh wenn der Hund hier ständig so wimmert geh mal weiter da ist was wenn in der Schnellleiste eine Waffe ausgewählt ist linker Trigger zielen und währenddessen mit rechter Schultertaste angreifen ja wo ist die Schnellleiste Standort wird auf der Karte angezeigt wenn du in ein neues Gebiet entdeckst wird es zur Karte hinzugefügt ich versuche mal eben hier mit der Maus ein bisschen vielleicht ist es da ein bisschen intuitiver aber da weiß ich jetzt natürlich die ganzen Kombination nicht was ist denn das irgendwie hier so rüber ziehen ah die muss ich hier rein ziehen ok ich glaube ich spiele jetzt mit der Tastatur weiter Lappenzündholz ich gehe nochmal zurück und wir haben jetzt tatsächlich auch eine Axt im Inventar jetzt weiß ich natürlich nicht mehr wie ich über den Zaun springen kann mit der Leertaste gut ok wir holen aus oh oh ne hat er nichts gemacht oh es tut mir leid es tut mir leid guter Junge das tut mir leid kann ich eigentlich ah ich kann auch springen ok ich gehe mal hier runter hier unten ist offenbar nichts mehr ist das doch auch mit dem ne ah ok linker Trigger ist das dann ok so das heißt ich muss jetzt hier einfach mal schön hier drauf putzen und die Axt ist schon zur Hälfte kaputt wenn ich das richtig erkenne die Bäume wachsen zu schnell bald bin ich nicht mehr in der Lage sie schnell genug zu fällen was ist das hier eine Bärenfalle Gott Gott das ist echt ich komme mit der Steuerung nicht klar habe ich die jetzt aufgenommen die Bärenfalle oh ein Knochen was ist das da oben Altmetall hm ein Schild nochmal ein paar Bäume ein Ort gefunden wir sind offenbar aktuell hier genau wie weit ist denn ich dachte das wäre gleich nebenan hier mit dem Benzin oh er atmet schon heftig ich gehe mal die Axt weg vielleicht der Wald hat alle Straßen verschlungen die uns früher mit der Außenwelt verbunden haben niemand schafft es durch dieses Dickicht zu kommen außer wir wir haben eine Axt oh das war jetzt schon ein bisschen scary die ganzen Krähen hier ein gestürzter Baum so ich nehme wieder alles mit langsam wird der Platz etwas eng wir sollten eine Fackel herstellen drücke B drücken um das Inventar und das Herstellungsmenü zuzugreifen ok also wir können eine Fackel herstellen mittlerweile aus Brett Stoff wahrscheinlich Alkohol und ein Zündholz was ist das hier das wäre auch nochmal statt Alkohol Benzin offenbar wir stellen mal eine Fackel her oh wir müssen auch hier Sachen herstellen ich fasse es nicht das heißt ich lege diese jetzt mal hier ich würde die gern jetzt rüberlegen in die Schnellleiste in die Schnellleiste ne hm sie das echt jetzt mit der Maus immer machen das das wollte ich eigentlich mit der äh mit dem Gapad machen aber na gut so jetzt haben wir eine Fackel ich werde aber die sparen ich weiß nicht ob die ob die irgendwann mal ausbrennt auch aber falls doch dann ne wir sind ja ein sparsamer wie der Bayer oh renne ich die ganze Zeit oder wieso kann der keine 5 Meter laufen warte mal kurz bis wahrscheinlich weil ich die Axt wieder in der Hand habe da wird die ok Fackel raus ist egal nichts jetzt ok da ist wieder ein Zaun wir haben ein verlassenes Haus gefunden sieht denn hier der hier ein Haus mit einer Leiche natürlich ein paar Tagen wird sie komplett aufgesaugt sein Kleiderschrank hier ein paar Lappen ein paar Tierleichen liegen auch noch rum wo ist denn hier ein Haus ich glaube das hier ah das hier war ein Haus man sieht nicht mehr viel vom Haus Türrahmen reparieren wie soll ich denn den Türrahmen reparieren hier von einem kaputten Haus komm ich geh mal weiter jetzt ist wieder Licht das ist schön und ein dicker Baum oh da vorne lebt noch jemand wir untersuchen ihn erstmal wenn es einen Ausgang aus diesem Wald gibt wird dieser Schlüssel ihn sicherlich öffnen Nummer 21 er ist bewusstlos ich habe ihn hier noch nie gesehen er hat nur einen Schlüssel und eine Art Tagebuch dabei da er es geschafft hat sich hierher zu schleichen weiss er auch sicher auch immer nach draußen kommt natürlich wird er mir nicht freiwillig helfen aber das ist nicht wichtig wieso sind wir denn so aggressiv wir hätten die noch einfach mal fragen sollen ich muss aus dem verfluchten Wald raus ja oh was ist denn mit unserer Lebensleiste weißt du mich ratte zeig mir wie und ich lasse dich gehen wieso ist denn jetzt unsere Lebensleiste so weit gesunken manchmal höre ich ihre Stimme manchmal höre ich ihre Stimme sie ruft mich ruft nach mir damit ich nach Hause komme wo ist der Ausgang wo zeig mir wo wo du kacke wir sind ja voll der Büswicht ach du ich lege dich um wie ein Köter wenn es sein muss uff uff ok oh jetzt befreit er sich dieser Hurensohn hat meinen Schlüssel ach jetzt spielen wir mit dem hier weiter deswegen haben wir so wenig ok ich bin verletzt ich könnte aus diesen fetzen Verbände machen und mich damit verarzten was zum Henker geht hier vor der Eingang zu einem kleinen Keller vielleicht eine Vorratskammer ok wir schauen jetzt mal ob wir hier was craften können Bandage für äh mit Lappen was ist das hier ein Dietrich mit dem Draht wir machen mal eine Bandage wir machen auch ein Dietrich so Bandage benutzen benutzen ist jetzt fallen gelassen oder? ach hör auf ich kann sie leider nicht benutzen jetzt drück doch muss ich die wieder auf die Schnellleiste rüber ziehen vielleicht das könnte durchaus sein ich hab noch keine Fertigkeit gelernt drück mal die Taste 1 auch nicht na gut dann kann ich jetzt hier nicht weiter machen ich schau nochmal den Behälter durch ach die Steuerung ist echt Dietrich benutzen ok er entsperrt was haben wir denn hier eine Schaufel und eine Taschenlampe die Schaufel die können wir doch bestimmt gleich verwenden sind jetzt meine Bandage oh ich hab meine Bandage irgendwie jetzt verwenden können komischerweise ich kann euch nicht sagen wieso aber unsere Lebensleiste füllt sich ok also wir haben eine Schaufel und jetzt müssen wir hier die Tür einreißen wahrscheinlich mit der Schaufel wahrscheinlich mit der Schaufel bam oh da ist er ich hab dich gesehen was ist denn jetzt die was ist er denn der war doch gerade eben noch hier ich hab's genau gesehen hier eine Spritze Radio wird immer noch nicht funktionieren ok fieses Geräusch Lampe geht leider nicht hier war eigentlich eine Tür ne ah ok Generator anschalten funktioniert nicht ein Metalltisch mit ledernen lieben daran wir haben Benzin gefunden und was ist das ein Tischbein Treibstoff für Generatoren leicht entflammbar das heißt den können wir gleich mal hier reinsetzen linker Trigger halten danach mit rechter Schultertaste also irgendwie stimmt das aber auch nicht so ganz habe ich das Gefühl linker Trigger halten ich kann nix machen ich kann nix machen ich muss das irgendwie ins Inventar legen vielleicht ich weiß es nicht ach das Spiel also es ist ja ganz cool gemacht aber die Steuerung ist vom hell vielleicht ist auch die Steuerung das was hier quasi ok ich fülle mal auf ich weiß nicht wo ich den jetzt hinschütte den ganzen Benzin aber irgendwo wahrscheinlich einfach über den Generator drüber so jetzt läuft er wieder ich spiele jetzt wieder mit der Maus weil mit der Maus ist es für mich ein bisschen intuitiv habe ich das Gefühl wir gehen mal nach draußen Lampe an Kurztüre öffnen wir quetschen uns mal hier durch Lampe anschalten ach du Kacke der der war aber vorher noch nicht da und ich habe ihn nicht gesehen Leiche hat anstelle von Augen zwei Einstellrädchen sein Mund steht weit offen und ich kann eine verzerrte Stimme hören kaum vom Radiorauschen zu unterscheiden und eben hier war ja eigentlich vorher war eigentlich vorher der Radio Lampe brennt Käfig ist nichts oh da kann ich aktuell nicht dienen damit oh wer ist das sagt er bitte lass mich raus okay also ich dachte schon das ist der Eigentümer hier aber offenbar müssen wir einen Code finden war nicht irgendwo in den Unterlagen jetzt pass mal auf die Frage ist wie komme ich zu meinen Unterlagen gehen wir kurz in die Einstellungen steuerung ausweichen nachladen Inventarkarte vielleicht über Top J kann das jetzt nicht tun oh 4 8 9 2 ach der hier unten labert das ok 4 8 9 2 ganz einfach 4 8 9 2 3 wieso komme ich denn wieder nicht rein wer verbarrikadiert denn hier die Tür hier mal einfach mal ich laufe mal dagegen ich drück doch ich versuche mal dagegen zu schlagen nein jetzt komme ich hier nicht rein das ist doch zum Mäuse melken komm hier rein ach ich weiß nicht sollte das Haus nachts besser nicht verlassen wir müssen hier irgendwie rein ist hier vielleicht ein Fenster kann ich hier runter krabbeln beim Behälter vielleicht da war doch hier durchsuchen ne haben wir schon alles durchsucht der Eingang zu einem kleinen Keller würde den Eingang gern betreten das meine ich halt ne vielleicht irgendwo ein Fenster oder so ich müsste doch da oben durchkommen ich komme nicht rein es ist ich weiß nicht wieso hallo 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 wie leicht mit dem Prügel vielleicht mit dem Tischbein kann es als Waffe benutzen ah man muss sie aufschlagen meine Güte puh ok dann war die Schaufel jetzt quasi schon kaputt wir konnten nichts mehr machen komm näher sagte ich ich weiß ja gar nicht wo du bist oh mein Gott huiuiuiuiui was was kommt hier los bist du bescheuert ich hau dir den Prügel rüber der mich schlägt hier ok was war das gerade eben ich weiß nicht Er hat einen Kunststoffküken mit dabei. Halt. Der lacht ja noch. Der lebt ja noch, offenbar. Und willst du dich jetzt befreien? Jetzt hat er uns eingesperrt. Wer spricht denn hier? Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Irgendwas ist durchgebrochen jetzt. Irgendwas ist durchgebrochen. Schwer, ich hab nicht mehr so. So ishen, maravil canceliert. фильм Ь Kapitel 1 Okay, wir sind schon wieder in einem Häuschen. Und müssen wieder Sachen untersuchen. Der Ofen strahlt eine wohlige Wärme aus. Ich rieche einen merkwürdigen, aber vertrauten Duft. Es ist der Geruch der schützenden Substanz, die mir nach Einbruch der Dunkelheit relative Sicherheit verleiht. Der Dampf, der aus dem gewaltigen Kessel aufsteigt, wird durch lange Rohre im ganzen Haus verteilt. Solange ich in meinem Versteck bleibe, habe ich eine Chance, die Nacht zu überleben. Ofen, Versuch. Als ich vor ein paar Tagen hier angekommen bin, war der Ofen schon vorbereitet. Ich musste ihn nur anmachen, um für meine nächtliche Sicherheit zu sorgen. Der Hütte war wohl alles unserer Verstecke. Bewohner dieses Waldes müssen dieses abscheuliche Gas nicht einatmen. Dürften wahrscheinlich. Komische Flasche ansehen. Hier wahrscheinlich. Auf dem Etikett der Flasche steht, den Einflussbereich der schützenden Substanz nach Einbruch der Dunkelheit zu verlassen, führt in 99 von 100 Fällen zum sofortigen Tod. Es wird empfohlen, das Gas gleichmäßig im Schlafraum zu verteilen. Okay. Achtung. Selbst bei korrekter Anwendung der Substanz ist Sicherheit nicht zu 100% garantiert. Bleiben Sie wachsam. Es wird empfohlen, zur Risikominimierung in gut beleuchteten Innenarealen zu bleiben. In den Topf ziehen. Ein kleiner, leerer Gutseisentopf. Ich habe ihn noch nicht benutzt. Ich habe seit dem Unfall vor ein paar Tagen keinen Hunger und keinen Durst verspürt. Es gibt eine Sache, über die ich nicht aufhören kann nachzudenken. Diese Pilze, diese roten pulsierenden Pilze, sie sehen so lecker aus. Vielleicht ist dieser Topf doch zu etwas gut. Wir können etwas kochen. Was zum Henker passiert hier? Wir können noch nichts kochen. Okay, das wird hier schon draußen sein, oder? Könnte ich mir vorstellen. Das ist eine Lampe. Hier alles auf einmal mitnehmen. Ein Foto. Die Straße nach Hause. Es ist schon sehr mysteriös. Also am Anfang hast du ja offenbar hier überhaupt keinen Plan, was hier gerade los ist. Gestern habe ich eins der Fenster verbarrikadiert. Wenn ich für eine Weile hierbleiben will, sollte ich bei den anderen Fenstern dasselbe machen. Okay. Ich habe halt kein Holz, ne? Beerenfalle, Gasflasche, Kettenfalle gegen Giftbrett mit Nägeln, Vergrößerung der Schnellleiste, Vergrößerung Inventar, Bandage, Dietrich, Bandage, Fackeln. Okay. Was soll denn das jetzt? So, hier ist die Tür nach draußen. Wo komme ich denn hier rüber? Ach, da oben. An was erkenne ich, ob aktuell Tag ist oder Nacht? Wahrscheinlich, weil draußen noch hell ist. Die Beerenfalle vor dem Fenster ist immer noch gespannt. Sieht aus, als war diese Nacht außergewöhnlich ruhig. Ich wollte gerade sagen, kann ich da selber reinlaufen? Kann ich hier... Ich würde mich gerne befreien. Hallo. Und da bin ich auch schon befreit. Na gut, also. Wir können auch selber reinlaufen. Würde ich ja entspannen, diese... Oh, die ist jetzt kaputt. Ah, und die müssen wir wahrscheinlich wieder komplett neu machen. Mann, da hat der Tollfuß gar nicht wieder alles kaputt gemacht. Guter Mann, der Tollfuß. Alkohol, eine leere Flasche und ein Pilzbuch. Die Verwendung von Pilzen im Haushalt. Lampe, Bett, okay. Schauen wir mal, ob wir uns eine Beerenfalle machen können. Ansonsten gehen wir mal nach draußen. Schauen wir mal, was da so los ist. Wir brauchen für eine Beerenfalle... Oh, drei Metall. Drei Metall. Wir können auch die Werkbank aufrüsten. Dafür brauchen wir aber sechs Holz. Das ist echt ein richtiges Survival Game, ne? So, ein Brunnen. Bauen. Brunnen reparieren? Nee. Kann ich leider nichts machen. Eine Säge. Bretter herstellen. Dafür brauchen wir Benzin. Ein Container. Da habe ich keine Nummer. Ich hätte halt irgendwo Holz vielleicht mal. Große Pilze. Die werde ich mal mitnehmen. Und dann kochen wir Pilze. Vor dem Ende der Folge werden wir noch Pilze kochen. Okay, wir schalten den Generator wieder aus, weil... Das soll ja nur in der Dacht laufen. Schaltet den Generator vor Einbruch der Dunkelheit ein. Sich im Schatten zu verstecken. Brinkt nichts. Sie kommen so oder so. Eine Leiche liegt hier rum. Kann ich die nicht? Ich muss die doch stapeln können. Ja. Fackel. Ich möchte fast, dass hier das Inventar gleich mal wieder leer wird. Das heißt, wir müssen die Sachen dann irgendwo anders hinlegen. So, was ist hier vorne noch? Nichts von Belang aktuell. Wir gehen mal ein bisschen spazieren hier. Es ist ein schöner Tag. Ich weiß nicht, wann hier Nacht wird. Wir müssen ja auch eine Karte haben. Ja. Was ist das hier oben? Das sieht aus wie ein Baum. Was ist das hier? Oh! Nein! Jetzt bin ich hier... Oh, Mann. Ich bin ja aber auch selten dumm bin ich in die eigene Falle gelatscht. Sieh schon. Der erste Überlebenstag wird ziemlich kurz. Da vorne. Was ist das hier alles? Ich gehe ganz vorsichtig ran. Das sieht mir aus... Oh! Holzscheite. Ich nehme halt zwei Stück mit. Was ist das? Nur noch ein Stein. Die Holzscheite, die können wir halt jetzt nicht verarbeiten. Wir müssten den Generator einschalten wahrscheinlich. Gibt es hier eine Axt vielleicht, mit der wir... Oh, ich kann nur zwei tragen, zwei Holzscheite. Ich gehe mal runter und wir schmeißen mal ein paar Holzscheite auf die Säge. Schalten wir den Generator mal ein. Es ist ein riesiger Fehler, wenn ich das mache, wenn ich das mache, wahrscheinlich. Vielleicht sollte ich auch die ganzen Lampen ausschalten. Aber wir machen erst mal hier ein bisschen Holz. Wir haben nur noch 20 Beziehen jetzt. Das ist natürlich suboptimal. So, ich schalte ihn gleich wieder aus. Kann ich denn das Licht hier, kann ich... Ne, das Licht kann ich leider nicht ausschalten hier. Wir gehen noch ein bisschen nach Norden. Ich kann euch nicht sagen, wann hier die Nacht einbricht, aber wahrscheinlich bekomme ich irgendwie eine Meldung oder so. So, könnte ja durchaus sein, der irdische Eingang. Es ist halt... Oh, da sind mal giftige Pilze. Die kann ich nicht mitnehmen. Ach, jetzt sind wir erst am unterirdischen Eingang. Okay. Ja, dann... Nochmal Holzscheite. Dann können wir vielleicht in der Nacht schön hier basteln. Ich würde das hier entschärfen. Ich würde die gerne mitnehmen jetzt. Die Bärenfalle. Ach, und wir bekommen nicht die Bärenfalle. Wir bekommen dann nur noch das Altmetall. Schade. Hier finde ich den Eingang zu den unterirdischen Tunneln. Okay. Was auch immer wir in den unterirdischen Tunneln wollen. Ah, der Platz wird eng. Der Platz wird eng. Ich kann nicht mehr wirklich viel mitnehmen jetzt. Wo komme ich denn hier rüber? Ich habe das Gefühl, als wäre es jetzt schon ein Dunkel. Nee. Ich habe barrikadiert. Hier ist nirgends eine Tür, da? Holzscheit. Komm hier in den Bereich nicht rein. Nägel. Der hat hier irgendwie komplett zugemacht, habe ich das Gefühl. Hier wäre wahrscheinlich der Weg nach unten. Aber ich komme halt irgendwie... Ach, hier ist die Tür. Das ist sehr schlecht zu erkennen hier. Nein, jetzt bin ich in die Überreste... Ah, in die Pilze gestiegen. Da ist nochmal ein... Eine Falle. Ja, langsam komme ich schon dahinter. Also mit Maus und Tastatur steuert sich das Ganze... ...bei weitem besser. Das muss ich einfach mal sagen. Kleidung. Lappen wieder. Wir werden mal die Bandage verwenden, oder? Wenn ich noch weiß, wie das geht. Ich habe sie jetzt abgelegt, oder? Ich habe sie abgelegt. Ich habe keinen... Ah, Verband benutzen. Jetzt geht's. Schwierig, schwierig. Eine Lampe, die geht leider nicht. Kleiderschrank. Oh, Benzin nehmen wir mit. Den können wir brauchen. Päckchen, Zigaretten brauchen wir jetzt aktuell nicht. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Das müssen wir wegschieben, natürlich. Und hier geht es offenbar nach unten. Da sind nochmal Pilze. Vielleicht überleben wir doch noch die erste Nachmensch. Dieser Eingang führt in das unterirdische Tunnelsystem. Hinabsteigen. Die Frage ist, will ich da überhaupt runter? Ich wollte ja eigentlich erst mal handwerken. Eine schwache Glühbirne beleuchtet die nassen Wände des unterirdischen Gangs. Der weitere Weg ist ganz und gar in Dunkelheit gehüllt. Ich brauche eine Lichtquelle. Okay. Das heißt, wir bauen uns erst mal was. Wir gehen mal zurück zu unserem Häuschen. Wir sind jetzt hier erst. Okay. Fühlt es sich ein bisschen weiter an jetzt. Giftige Pilze. Also wenn wir verfolgt werden würden, können wir auf alle Wellen nicht lange sprinten. So viel ist sicher. Was liegt hier noch rum? Ich werde gleich mal den Benzinkanister bei uns in den Generator stecken. Wenn ich mein Häuschen wieder finde. Dann schauen wir mal, was wir uns craften können. Ähm, jetzt pass auf. Benzin. Zack. Schön wieder alles drüber kippen, wie man das halt so macht bei Generatoren. Von links nach rechts, von oben nach unten. Und unten sieht man schon, wie er aufgefüllt wird. Offenbar, die Stichmarkierungen könnte ich mir vorstellen, sind Tage. Und das heißt für uns, wir können auch jetzt nochmal ein bisschen Holz herschneiden. Nicht genug Benzin. Habe ich jetzt... Ah, wir haben hier drin Benzin. Ach so, ich dachte, das läuft auch über den Generator. Jetzt habe ich natürlich den kompletten Benzin in den Generator geschmissen. Wieso ist denn hier offen? Gibt es hier keine Tür? Moment mal. Da müssen wir doch gleich mal zumachen, dass hier keiner rein kann. Was ist da denn los? Da steht ja unser Häuschen. Da steht sperrangelweit offen. So, was können wir denn basteln? Wir haben hier ein Gegengift. Wir haben eine Kettenfalle. Eine Bärenfalle. Weiß nicht, was die Kettenfalle macht. Wir machen mal eine Bärenfalle. Oh, wir müssen die Werkbank aufrüsten. Mit Holz. Mit sechs Holz. Und zehn Nägel. Und wenn wir jetzt einmal ein Brett mit Nägel machen. Ich glaube, das ist für die erste Nacht besser. Dann haben wir mal ein Brett mit Nägel. Damit wir uns wehren können. Wir brauchen eine Fackel. So. Vielleicht sogar zwei Stück. Oh, wir haben sogar eine Fackel. Hier kann ich die stapeln. Nein, das geht leider nicht. Wir haben hier ein Inventar in der Werkbank. Das ist schon mal sehr gut. Reparieren können wir auch Sachen. Irgendwo hat ein Hund gebellt gerade eben. Kochzutat. Begrenzte Haltbarkeit. Ich werde den gleich mal in den Topf schmeißen, oder? So. Die Fackel setzen wir mal. Ah, die habe ich wieder fallen gelassen jetzt. Einmal Fackel. Zweimal Fackel. Ich gehe mal rüber zum... Zum Dings hier. Zum Ofen. Schön die Pilze rein. Und jetzt... Ich habe irgendwas reingeschmissen. Aber das war es auch schon nie. Mehr kann man nicht kochen. Kann auch nicht sein, dass wir hier mit den ganzen Sachen nicht mehr basteln können. Vielleicht noch ein, zwei Bandagen. Bandagen mit Alkohol. Ist wahrscheinlich ein bisschen besser, wie eine normale. Dann nochmal Brett mit Nägeln. Werkbank können wir leider nicht mehr aufrüsten. Ich lege die Sachen mal hier rein, die wir aktuell nicht brauchen. Oh. Achso, ja stimmt. Die Falle können wir aktuell nicht machen. So. Gut. Also irgendwie... Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Aber oftmals wird es aktuell nicht dunkel. Mal in die Richtung. Ich habe da irgendwo einen Hund gehört. Okay, ich rüste mal unser Brett hier aus. Oh, da ist er. Ich habe ein Lager gefunden. So, ich muss nicht zuschlagen. Rechts glück. Oh, da sind gleich ein paar. Und hier. Kommt er jetzt? Greift er jetzt an? Oh, der lebt. Okay, ein Hund ist tot. Auf geht's. Komm her. Oh, jetzt hat er mich auch erwischt. Der zweite Hund ist tot. Die anderen laufen irgendwie so komisch. Die haben einen Bug. Oh, jetzt kommt er. Jetzt. Schlag zu. Oh, Mann. Der hat jetzt richtig weh getan. Okay. Und wir müssen wieder zurück. Geht jetzt offenbar. Nehmen wir Benzin noch mit. Ist hier noch irgendwo was, was wir plündern können? Schnell. Toten Hund. Ein bisschen Fleisch. Das wir eventuell kochen können. Weiß halt auch nicht, wann da jetzt wirklich, äh, Nacht wird, ne? Ist es jetzt schon Nacht oder wird's erst oder dauert's noch fünf Minuten? Oder was ist los? Na gut, wir gehen mal zurück. Ich spritte mal zurück. Wir haben einen Schrein gefunden. Den müssen wir uns merken. Der ist hier unten irgendwo. Und unser Knüppel ist schon wieder fast komplett kaputt jetzt. Also jetzt ist offenbar Nacht, habe ich das Gefühl. Das heißt, wir schalten mal den Generator ein. Ich schmeiß mal hier noch Benzin ein. Also momentan sieht's gar nicht mal so schlimm aus mit der Nacht, ne? Ich weiß gar nicht, was hier immer alle haben. Aber die Tür zu. Ist jetzt jetzt ein bisschen dunkel hier drin. Aber okay. So, Bergbank. Wir werden mal die Bergbank aufrüsten. Wir werden mal hier die Bärenfalle machen. Nochmal eine. Haben zwei Bärenfleisch. Vielleicht können wir das Fleisch, ah, geeignet als Beut für Fleischfresser, kann geworfen werden. Ist offenbar nicht zum Kochen da. Das ist natürlich schade. Können wir unser Brett, würde ich gerne reparieren. Ich benötige einen Nagel. Ich habe keine Nägel mehr. Oh, fünf Nägel brauche ich zum Reparieren. Tja, dann war's da schon wieder. Wir haben unsere Bergbank aufgelöst. Ich schaue jetzt trotzdem mal, ob ich vielleicht... So, da kam mir gerade das Telefon noch dazwischen. Ich habe es aber gleich mal abgewürgt. Ich wollte doch kurz hier was kochen jetzt, ne? Wir haben jetzt, ich glaube, so um die 55 Minuten. Es ist zu gefährlich, nachts zu kochen. Wie bitte? Was ist denn das denn? Kann ich doch die Bärenfalle hier platzieren? Die wir uns so mühsam ercraftet haben. Ich weiß noch wirklich nicht, vor was ich aktuell Angst habe, ne? Also, was hier überhaupt dann kommt. Mach mal hier hin. So. Okay. Einfach mal hier vor das Fenster. Und vielleicht auch hier drüben vor das Fenster. Ist jetzt schon wieder Tag? Kann das sein? Das Gefühl ist, es ist schon wieder Tag. Tag. So. Oder kann ich jetzt hier schlafen? Geh mal nach draußen und wir schauen mal nach. Ich sage immer noch, es ist zu gefährlich, nachts zu kochen. Also ist offenbar immer noch nachts. Aber was ist dein Problem? Hier ist doch überhaupt nichts los. Oh. Bei uns im Haus wachsen giftige Pilze. Pürzlich. Die können wir doch jetzt auf den Ofen schmeißen eigentlich. Okay, jetzt geht es nicht, weil... Oh, jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Moment. Auch nochmal Pilze. Ich bin mir noch nicht sicher, was es der Nacht auf sich hat. Und wieso hier überall was wächst. Und vor allem, es ist doch gar nicht so schlimm. Es knarzt ein bisschen. Ich kann doch jetzt nicht irgendwie... ...10 Minuten hier rumlaufen und nichts tun. Lass mich ins Bett gehen. Nö. Er will einfach nicht. Was ist hier oben? Fenster. Barrikade. Ich brauche dafür drei Holzbretter und sieben Nägel. Wo soll ich denn die ganzen Nägel herbekommen, Mensch? Ich stehe ein bisschen auf den Schlauch jetzt, muss ich sagen. Aber die eine Stunde ist jetzt eigentlich eh schon um. Ich hätte aber jetzt schon noch ganz gern rausbekommen, was hier jetzt überhaupt los ist. Wir können ja mal nach draußen gehen. Es ist ja egal. Geh einfach mal nach draußen. Und wir schauen mal, was uns draußen so erwartet. Ich sehe aktuell nichts. Habe ich noch Fackel? Ich habe Fackel. So. Oh, ein Hund. Rauf. Kann ich denn so... Fleisch könnte ich dann schmeißen, ne? Okay. Und da kommt was? Äh, ist meine Tür. Meine Tür ist weg. Irgendwas ist gerade eben gekommen. Irgendwas Rotes. Habe ich noch meinen Verband? Jawohl. Bandage. Dann werde ich die gleich mal nutzen. Oder auch nicht. Okay. Wieso ist denn das jetzt bei uns in der Hütte drin? Ich finde meine Tür nicht mehr. Jetzt tut mir leid. Da ist sie. Also, offenbar sind da irgendwie so komische rote Klipperwesen. Die hier nachts rumschweben. Was auch immer das ist. Wir heilen uns aktuell. Das ist gut. Ich gehe noch mal nach draußen. Wir gehen mal hier raus. Sobald ich mich jetzt so hier einverbarrikadiert habe. Oh. Hier ist alles rot. Und wir haben Tag 2. Überraschend. Da ist ja schon der Tag 2. Das heißt für uns schnell den Generator ausschalten. Der hat nämlich ganz schön viel gemampft jetzt hier. Aber wie soll denn eine Bärenfalle gegen so Klipperwesen helfen? Man weiß es nicht. Hier ist eine gestützte Statue. Ich würde noch 2-3 Minuten gerne hier rumlaufen. Weil es jetzt erst ein bisschen spannend wird, habe ich das Gefühl. Man kann viel entdecken. Aber die erste Nacht, der erste Tag war noch ein bisschen ereignislos, meiner Meinung nach. Wir können auch die Pilze reinschmeißen. Und den Ofen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was das Ziel momentan ist. Irgendwie wahrscheinlich von diesem Platz hier flüchten. Giftige Pilze. Gibt es hier jetzt wieder Holz? Das ist eine einmalige Holzfarm. Hier wäre so viel Holz. Die Klötze habe ich vorhin liegen gelassen. Hier wäre so viel Holz eigentlich. Und ich darf nichts mitnehmen. Die Leiche. Oh, die Leiche haben wir übersehen. Mit Benzin. Und Draht. Wir schwimmen ja quasi jetzt mittlerweile schon in Benzin. Ich schmeiße mal die Pilze auf den Kochtopf. Eventuell. Kriege ich es doch noch hin, dass ich heute was koche. Eine leckere Pilzsuppe oder so. Ist hier auch nochmal ein. Ich dachte hier wäre auch nochmal eine Beerenfalle. So, Ofen. Einmal Pilze. Okay. Sehr gut. Wir haben genügend Pilze gesammelt. Mich nachts in der Dunkelheit aufzuhalten. Kann gefährlich sein. Ich kann weiter in die Ferne. Ach, das sind Upgrades. Einmal am Tag kann ich mich heilen. Einmal am Tag kann ich meine aktuelle Position auf der Karte erfahren. Ich kann mich heilen, indem ich Pilze essen. Weiter in die Ferne sehen. Ist bestimmt ganz gut. Das ist eine negative Eigenschaft. Ich habe ja nur eine. Wahrscheinlich eine negative und eine positive offenbar. So, wie das hier aussieht. So, erstmal schön alles lagern hier. Das Holz können wir draußen noch schnell schneiden. Und jetzt fehlt nochmal Benzin. Ich fasse es nicht. Zwei Punkte Benzin fehlen. Oh, wir können auch eine Laterne. Dafür brauchen wir aber Stoff. Uff, das wäre schön. Eine Laterne. Molotow Cocktail. Einzelschusspistole. Gasflasche. Okay. Okay. Ich dachte, Was hat da so geknackst? Ich dachte eigentlich, das wäre so vom Survival-Aspekt her ein bisschen legerer. So nach dem Motto. Ja, ein bisschen was craften. Passt dann schon. Aber das ist ja doch jetzt ein bisschen umfangreicher, so wie ich das sehe. Okay. Wir werden noch ein bisschen erkunden jetzt. Ich weiß, ich bin schon über die Zeit. Aber ich habe das Gefühl, ich habe noch ein bisschen was verpasst aktuell. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt noch großartig was passiert oder so. Aber ich würde halt doch gerne nochmal ein bisschen jetzt noch rumlaufen, was hier so noch im Anfangsgebiet hier ist. Vielleicht entdecken wir noch irgendwie keine Ahnung. Ein Häuschen oder... Ah, hier. Oh. Ausgebrannte Häuser. Und wieder Hunde mit dabei. Natürlich. Ich habe mein Fleisch nicht mehr da. Komm mal her, Hundi. Auf geht's. Na, komm her. So, jetzt habe ich aber natürlich nichts mehr, mit dem ich mich wehren kann. Und es ist immer noch ein Hund da. Oh, aber wir könnten mal probieren, so ein Fleisch zu schmeißen. Da hieß es ja, man kann das werfen. Ich probiere das einfach mal, oder? Ist denn der Hund? Da ist er. Da ist er. Ich habe sie mir jetzt einfach mal hingeworfen. Er zeigt leider kein... Keinerlei Interesse daran. Ich weiß es nicht. Auch schon wieder Benzin. Also Benzin und ein Reifen ist schon ganz schön... Na gut, ist wahrscheinlich Anfängergebiet jetzt hier. Zerstörter Brunnen. Okay. Aber ich denke mal, ihr habt auch so ein bisschen den Eindruck jetzt bekommen, wie das Spiel hier so abläuft, offenbar. Man sucht die Karte ab, entdeckt kleine Geschichten, entdeckt Crafting-Material. Man muss schauen, dass man wieder rechtzeitig nach Hause kommt, wenn es dunkel wird, weil die Klipperwesen kommen. Was ist das hier vorne? Ein Hase. Und muss sich hier wahrscheinlich irgendwie dann einen Weg irgendwo rausbahnen. Aus diesem Wald hier. Was ist das hier für Zeug? Sieht aus wie Blümchen. Für einen Weg. Und das alles hier in einer düstischen Horror-Top-Down-Perspektive. Wobei der Graus bei mir ehrlich gesagt ein bisschen daher kommt, dass die Steuerung so verzwickt ist. Auch noch ein Hund? Da ist jetzt auch ein Hund seit Neuestem. Okay. Das ist halt ein bisschen komisch. Ah, der frisst jetzt das Fleisch. Okay. Also die Steuerung, die mache mich echt fertig. Die ist nichts für mich ehrlich gesagt. Ich finde das Konzept sehr gut. Gefällt mir. Ich mag ja Survival-Spiele sowieso. Und ich mag auch ein bisschen so die Geschichte, wo du am Anfang noch überhaupt keinen Plan hast von dem Ganzen. was hier überhaupt vor sich geht. Und ich hoffe, dann eröffnet sich quasi über die Zeit ein bisschen die Geschichte, was hier der Grund ist für diese komischen Wesen, die herumfliegen in der Nacht. Was war eigentlich die Anfangssequenz? Der Prolog, wo wir quasi erst einen Mörder offenbar gespielt haben und dann wieder jetzt hier den, der gefangen genommen wurde. Was hat das damit auf sich? Also ich glaube, da kann sich schon mal ganz schön was entspinnen. aber für mich ist das größte Hemmnis ehrlich gesagt die Steuerung. Die ist so träge, die ist so kompliziert und ich kann mir auch vorstellen, dass die Kompliziertheit vom Spiel vielleicht auch ein bisschen gewollt ist, damit du nicht E-Sport-mäßig immer gleich auf Bedrohungen reagieren kannst, sondern dass du halt auch ein bisschen Verzögerung hast. Dass er halt so schleppend läuft, dass er so schleppend geht, dass er sich schwer umdrehen kann und so weiter, dass du die Orientierung vielleicht auch mal verlierst, aber dass ich dann hier irgendwie mit dem Inventar hier so, das ist, ah, das ist so frickelig, das geht mittlerweile viel, viel besser und andere Spiele haben das auch gezeigt. Also das ist für mich, ehrlich gesagt, ist es für mich so ein No-Go eigentlich zum Beispiel. Deswegen weiß ich auch noch gar nicht, ob ich jetzt hier weiterspielen möchte. Für alle, die jetzt hier zuschauen und sich das angeschaut haben und sagen, hey, mich interessiert das trotzdem, der Tollfuß, der ist nur zu alt, dass er hier mit der Steuerung zurechtkommt, dem lege ich nahe, der kann ja einfach mal auf Steam schauen und sich dort das Spiel holen und sich selbst mal ein Bild davon machen. Und ja, vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen dann auch und dann könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, dass ich noch ganz viel verpasst habe zum Beispiel oder dass da noch ein ganz großer Twist kommt oder dass ich mich durchbeißen muss die erste Stunde und dann wird es echt episch. Da würde ich mich über Kommentare freuen, genauso über ein Abo, über einen Daumen hoch, ihr kennt das ja alle, ich muss das ja nicht immer jedes Mal erwähnen. Und ja, ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Angespielt-Videos oder auf einem der anderen Videos, die hier hochgeladen werden. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao.